Musik 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 Okay, hä? Sammle die abgeworfene Vorräte ein, ja Hä, das ist schon abgeworfen oder was? Nee Normal kommt da immer so ein Ding ins Kirchen So lässt es fallen Ja, nicht gesehen Ich habe Nichts im Auge Noch nicht Hä? Hä? Hm Hm Ich habe was Warte mal Da kommt was, ja Ganz da hinten Ganz da hinten Ich habe mich doch richtig gehört Hä, was ist denn jetzt los? Hä, jetzt auf jeden Fall ab Irgendwann schießt du auf mich Ach da Will er mal in den Vorrat stehen oder was? Du Bastard Du Wichser So So, jetzt auch noch aufsperren, weißt du? Hm Ah, okay Wenn du das einsammelst, kriege ich das nicht Achso Das heißt, ich muss meinen dann auch an Weil dann nicht Aber gut Ah Kann man schon verstehen Nein Das sollte mich vielleicht mal heilen Sehe ich gerade Huiuiui Hm Kann ich ja nicht benutzen, muss ich Level 35 für sein? Natürlich Super Shotgun Kurze doppelläufige Kraftfülle Das ist geil Ich habe ein Plasma hier mehr Das war bei der Ollen drin Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück, du forderst deins an, oder was? Hm Ich reiß da schnell hin Einen Kronkhocken Scheiß drauf Einen Kronkhocken daran werde ich jetzt nicht sterben Ich hab 1200 glaube ich Oder so Bist du verkraftet mal Ich kann das irgendwie nicht reinladen Hint mich Warum? Wir wenden sich an die nächstgelegene Dienststelle im Nationalpark Hast du es rein geladen Achso da Ja Moment Das ist ein Holobahn, was du gekriegt hast Ja Okay, das müsste jetzt hier in der Nähe landen Hier ist direkt dieser Kreis, oder was? Ja Also hier über den Hügel noch ein bisschen Wäre getan, bis wir in dem Kreis sind Ich seh den ja nicht Ich bin jetzt im Kreis Du siehst den auch glaube ich nicht Also ich hab zumindest nicht sehen können Ne Es dauert immer einen Moment Und Was? Was ist da los? Was schießt du denn? Das ist ein bissiger Hund. Der fliegt bestimmt über die ganze Map. Das dauert ewig. Warum ist das so hell? Ich meine, es sieht schon geil aus, aber... Ab und zu... Kann man nicht diesen Blend-Effekt runterstellen? Ja, Beleuchtung, glaube ich. Beleuchtungs-Qualität. Ich will nicht die Beleuchtungs-Qualität unterstellen. Ich will nur diesen Blend-Effekt raus machen. Vielleicht nicht ganz raus, aber schon so ein bisschen. Ich will nicht ganz da unten. In einer heimlichen Höhlen. Oh, da können wir gleich reingehen. Hey, da unten ist Gegner. Was? Hey! Oh! Was zur Hölle? Das hat gerade geleckt und ich stand oben in der Luft drin. Ich bin runtergefallen. Ich kann auch das Ding nicht entsperren. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Hey, du Bastard. Na, Scheiße. Was gab's denn? Machete und Injektoren. Was ist das Ding? Machete und Injektoren. Na gut, man kann ja nicht immer gutes Zeug bekommen. Ach, das scheiße Abwurf, man. Da muss gutes Zeug tun sein. So viele Dinger, wie man da kriegt. Ist mir egal. Bei mir war halt ein Granatenwerfer. Kann ich aber nicht benutzen. Nun gut. Was ist das? Anke, nie. Ist eine Tür, die jemand aufmachen kann. Ich höre irgendwas Ekeliges. Warte mal. Hier kann man runtergehen. Eier, Leuk. Können wir erkunden und dann gehen wir in die Höhle rein. Oder was? Oh, safe. Nein. Das gibt es nicht. Das ist eine Tür, die du aufmachen kannst. Ich habe keine Ehekampel mehr. Wo? Da hinten. Natürlich. Das geht insgesamt kaputt. Weißt du? Ähm. Eine riesige Weltkackalage einfach drin. Ein Seesack ist leer bei mir. Ja, bei mir auch. Ich brauche, bevor wir da runtergehen, brauche ich unbedingt eine Werkbank. Ja, ich brauche auch. Bin ich am Arsch. Man ist übers Werkbank, aber hier ist keine. Ich höre Dinge. Auch aber warum? Lepp mich irgendwo da oben. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind auf gut Glück in den Versuchen, in den Höhlen was zu finden. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es da was nicht gibt. Aber. Gehen wir einfach mal runter. Was ist noch passiert? Wir können halt nicht rennen. Das hat auf jeden Fall irgendwie mit Maya-Lurks... Oh mein Gott. Mit Maya-Lurks zu tun. Ganz ehrlich, jetzt bin ich überladen. Jetzt kann ich auch hier den Dreck mitnehmen. Ist mir scheißegal. Du kannst nicht schnell reisen. Aber zur Not habe ich immer noch diese komischen Boxen da. Zitzt auch wieder, ja. Hier muss es doch eine Werkbank geben. Irgendwas. Ach, schnell ab. Oh. Den Donuts hast du gesagt, ja. Ist das. Ja. Mit dem Essen. Ah, Hundoff hat er dreimal so positiv gesehen. Genau das. Genau das. Das habe ich drin. Das passt ja nur noch Hundefutter. Ich brauche ja eigentlich nur eine Kochstation. Ich habe so viel rohes Fleisch. Ja, habe ich auch. Aber auch wieder mal kleine... Wißt du, da ist sonst immer eine Kochstation dabei, weil du Fleisch dabei hast. Dann ist nix. Tschüss. Guck mal da. Intelligenzwackelpuppe. Eins. Wollen wir uns das anhören? Ich bin Dick Shale. Was? Hier. Dick Shale. Rischige Dick Shale, ey. Hörst du das, wenn ich da drauf flicke, oder was? Ja. Ganz ehrlich. Scheiß auf den Dick Shale. Mehr Leute sind da. Weil ihm sein Shale ist abgetrennt. Oh, es gibt sogar Fleischhäne. Was ist das? Ähm. Ich frage ich, ist gehen wir jetzt da lang oder da lang? Also ich habe das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Kann ich ja jetzt hier was trinken. Abgekochtes Wasser. Dosencafé. Gut, Dosencafé. Dann esse ich 100 Wurde. Guck mal. Einfach voll wie voll, ey. Ja, dreifache Wirkung. Das mit nur einer Karte. Ahaha. Dass ich nix kochen kann. Ich seh dich doch da hinten. Null. Okay, hier ist drei. Das heißt, wir sind ja auf jeden Fall richtig. Oh. Oh. Wo geht's hier lang? Ich höre etwas. Was? Nein, du. Dem lang. Oh. Kommst du da schon? Ja. Bei mir warst du gerade im Ding drunter. Äh. Einfach nicht weiter drüber nachdenken. Hier gibt's auch eine Musitionskiste zum Entschärfen. Musitionskiste zum Entschärfen? Abschärbeln. 44, aber da war dann noch ein Schießvorschlag. Oh. Oh, das war sehr gut. Ja, jetzt bin ich dran und kochen. Ich misse ich jeden Scheiß mit. Hier liegt einfach eine Mine. Alles klar. Oh. Alles klar. Was ist das? Noch eine Granate. Nice. Nice. Okay, das ist jetzt erstmal scheiß viel. Also essen würde ich das nicht, was da dran ist. Hast du mal reingeguckt? Boah, das ist ja wie reingeschissen, ey. Irgendwie. Wie sieht zumindest aus? Hast du Dünnpfiff gehabt? Ja, wir gehen weiter. Ich sag so, das ist scheißegal. Ich muss den Dünnpfiff essen, weil die einzige Konzentration Mine meint. Metallrüstungswein-Motel damit. Oh, wir dringen tiefer vor in das Lilane-Gebiet. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil wir kommen zumindest den Zahlen nach. Oh. Was ist da hin? Was? Wo ist wer hin? Das ist der kleine Sumpf da, ey. Schmutziges Wasser. Wie schnapps haben die denn hier gesoffen, ey? Ah, lustige Säufer. Säufer in den Höhlen. Alter. Ich bin was? Ich wurde, ich wurde, oh, scheiße. Meiner lag sehr seuchelös. Nein, ich bin krank geworden, weil ich in die Falle getreten bin. Richtig dumm. Was hast du denn? Das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. So. Hier gibt es noch eine Audioaufnahme. Ich drück... Ich hab auf kein einziges drauf gedrückt. Da liegt irgendwas. Jawohl. Das ist doch gar nicht krass verstrahlt oder so, das Wasser hier. Find ich voll gut. Ist da was? Stimpeg und Override. Stimpeg. Oh, springen wir... Oh mein Gott. Springen wir ins Wasser. Ist richtig nice. Schön warm. Richtig Strahlung. Giftiges Wasser. Wenn ich das schon lese... Alter, nein, nein, nein. Das ist ja kein normales Wasser. Das ist schön warm. Mitten im Winter. Warme Wasserquellen. Das frisst dir dann deine Engweide auf. Das ist zur Hölle. Warte, lass ihn da... Warte, warte, warte. Wo soll er herkommen? Warst du gesehen, wie episch das war? Wiegt der denn hier? Hat der vorab genibbelt, ist nochmal Arsch gegeben oder was? Bleib Mikro. Was war das? Ich kann nicht mehr rennen auf jeden Fall. Ich kann die ganze Zeit... Ich konnte schon vor der Höhle nicht mehr rennen. Das ist ein abgestimmtes... Dings... Improvement-Gewehr mit Bayonet und, und, und. Das ist ein abgestimmtes Improvement-Gewehr? Ja, keine Ahnung. Was erzählst du denn? Abgestimmtes... Präzision-Schützen-Gewehr, keine Ahnung. Was? Das muss man nicht verstehen. Evan, jetzt geht's los. Ja. Half-Life-Style. Vor allem, die macht jetzt nicht wenig Schaden, ne? 55. Ja, am Brust. Ja. Ich habe nur einen Bolzen für. Ich nehme jeden Dreck, mit dem ich hier unter die Finger kriege. Wenn ich schon überlastet bin, am wenigsten richtig. Weißt du? Damit es sich lohnt. Laufen wir noch richtig? Ja. Doch, ich glaube. Nummer 9. Da ist Jengels. Der Wechsel. Warte, geh da nicht. Warte, geh nicht. Geh nicht. Komm zurück, komm zurück. Die Falle. Musst kaputt machen. Ah, ne. Da geht's auf den Track wieder. Echt? Sicher? Davon, das siehst du doch. Oder nicht? Doch, ist er. Zieht mir aber dauernd, wenn ich alleine nur laufe, Ausdauer ab. Das ist nicht gut. Ja, mir auch. So ist das, wenn man überladen ist. So ist das. Soll ich gleich schon ein Ding benutzen. Naja, noch lohnt es sich nicht wirklich. Jetzt habe ich vielleicht nichts genommen. Aber hier waren wir ja auch schon, oder? Was? Wir sind alle am Preis gelaufen. Ja, wir sind jetzt durch die Tour durch, halt. Ist ja nicht so spannend. Nicht unbedingt. Seitdem, da gab es irgendwo einen Punkt, den wir komplett verpeilt haben. Kann auch sein. Wir haben auf jeden Fall den Meierlöck-Anführer getötet, der mit der Krone. Ich glaube, wir können gehen. Ey, bist du auch so schnell? Mhm. Irgendwann muss doch so eine dumme... Dumme Werkbank sein. Irgendwas. Irgendwas in dieser Richtung. Oben ist noch einer über mich. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Oh team. Was war das? Meierlöckfleisch Ich glaube vielleicht habe ich jetzt richtig viel Komm hier, irgendwo hier drin Nee, hier drin haben wir ja geguckt, da war nix Wir müssen weiterziehen Was ist der Hülle? Hä? Achso, das ist dein Job gewesen Joa, das heißt Und du? Muss nix drauf Zurück trotten, oder was? Ja Warte mal, war am Sendeturm nicht vielleicht eine? Nee Da war keine Bist du sicher? Ja, einhundertprozentig Dann Luftreinigerstandort vielleicht? Lewisburg Nächste Stadt wäre halt Riverside Manor Aber Lewisburg, da habe ich glaube ich nix gesehen Ja, wir können jetzt so zum Männer einfach hinschleichen Vielleicht finden wir unterwegs irgendwie ein Lager oder sowas Kann ja alles sein Das ist ja jetzt halt ein bisschen langsam Spring ist immer tödlich Gerade wenn du überladen bist Habe ich nicht irgendwas, was mich Ein bisschen mehr Pusht Was dich mehr pusht? Ja Steroide Habe ich nix Wolfsreppchen habe ich dafür Nougat Coca-Cola-Chari Die nehm ich Jetzt noch nicht sehr lange, aber egal Ey, konnte ich Holz sammeln? Was soll das? Bin richtig flott unterwegs Hier Was zur Hölle? Da sehen wir da Da ist irgendwas Unzäunt Das ist glaube ich ein Banditenlager Rotten wir die aus Und Die haben doch mit Sicherheit ne Werkbank, oder? Ich würde stehen bleiben, wenn du keine Ausdauung mehr hast Weil dann lädt die sich schneller auf Und ab der Hälfte kannst du wieder laufen Wollen wir die überraschen, während die schlafen, oder so? Hä? Was zur Hölle? Wo? Das ist ein Stechflügler Da gibt es keine Banditen mehr Nee Hier wurden alle gestecht Das ist ein Nest, oder was? Guck mal Ah ne, der backt hier im Boden fest, alles klar Er ist rausgekommen Er ist rausgekommen Das ist der Anführer Wie, yo Das sind für Eier Ah, Gott Kate's Terminal Wenn juckt, Kate's Terminal Ohne Scheiß Ist das Kate? Möglich Ja, was haben die hier denn gemacht? Die scheinen eine dicke Party gefeiert zu haben Bis, äh Die Stechflüge da kamen Bis diese Monster kamen Bis die Feuernation angegriffen hat Aber du weißt Natürlich keine Werkbank Verdammtes, wie kann das Raiderlager keine Werkbank haben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn Was sind das denn für dumme In der Wunder, dass die ausgerottet wurden Haben es nicht anders verdient? Die haben halt echt einfach kein Werkbank Diese Luftja Ja, müssen wir, sind wir mal gleich da Äh, jetzt so ein Ding zu benutzen, wäre halt komplett verschwendet fast Eigentlich fast, theoretisch Fast, theoretisch Eventuell, oh mein Gott, ey Ich hab 255 von 190 Ich erinnere mich noch an Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Fallout 4 war Hä? Hässlige Ähm Da gab's irgendwo einen Ort Wo du Wo du einen Schatz bekommen hast Oh mein Und Am Ende Wenn du in diesem Raum warst, wo der Schatz war Da waren überall so Silberbarren Goldbarren und sowas, ja Mhm Und Und Wenn du das alles eingesammelt hast, hast du irgendwie 1500 gewogen Und du konntest nicht mehr laufen Du musst es erst stückchenweise mitnehmen Hä? Die Dämonen sind zurück Jetzt können wir wieder Doomstyle hier rumlaufen Hm So gefällt mir das Wollen wir mich haben noch mehr stuff einstecken Das ist der König Der König ist tot Der König ist tot Lange lebe der König, oder was? Ne, nicht Jetzt hab ich ihn gekelt Da war so 100 von der Einstellung Das ist gut, das Zeug Zeuglübe Mh Unsere Zukunft beginnt I S Ich Untertitelung des ZDF, 2020